Ja, wer hätte es gedacht, hier sind wir wieder. Was ich mich jetzt allerdings frage, hätten wir die Selbstzerstörung auch verhindern können? Zum Beispiel mit der richtigen Kombination oder so? Weil da war ich mir jetzt nicht so sicher, ob das gehen sollte oder nicht. Tja, und das Büro, das ist altbekannt. Hier scheint sich nichts getan zu haben. Tja, und ein Telefon klingelt, aber ich glaube, das ist ja auch nichts Neues. Irgendwo hier? Ah, da ist es. Hallo, das ist eine rekordete Message, die entweder von dir oder von jemandem in deinem Platz zu arbeiten. Ja. Der Ziel dieser Message ist, dass Sie über die Gefahr der rekordeten Messungen warnen. Tja, ja klar. Wenn Sie in irgendwelche Zeit hören, dass Sie eine rekordete Message hören, bitte, terminiert es sofort. Und siehe alle Informationen von der rekordeten Message in Ihre perceptuelle Sphäre. Danke und hat einen schönen Tag. Alles klar. Oh mein Gott, kann ich nicht zum Fenster raushüpfen. Also ich schenke da aufgezeichnete Nachricht, kein Vertrauen und ich stehe auf dem Tisch. Geht das neuerdings? Aber was bringt es mir? Bringt es mir überhaupt irgendwas? Ich bin ja mittlerweile fest überzeugt, dass es keine Zufälle gibt in diesem Spiel. Also man kann nur über diesen Stuhl da hoch. Und weiter? Da geht doch sonst nichts, oder? Die anderen Stühle an den Schreibtischen, das seht ihr, die stehen immer so, dass man nicht draufklettern kann. Es ist nur dieser eine. Also hat das doch bestimmt irgendeinen Sinn. Aber ich weiß nicht welchen. Was soll denn da gehen? Müssen wir da was mit dem Licht machen, oder? Nee. Also ich bin im Zweifel. Ich denke nicht, dass das ein Bug sein wird. Aber hier mit der Lampe können wir nichts machen. Es muss doch irgendeinen Sinn geben. Jetzt komme ich nicht mehr auf den Stuhl. Stanley, Meister des Bürosports. Ah, okay, wir sind wieder oben an der Lampe. Da geht irgendwie gar nichts. Nein. Ja. Ja, vielleicht hänge ich jetzt hier wirklich nur an der Ecke, wo es eigentlich gar nichts zu tun gibt. Aber ich möchte ja auch nichts verpassen. Vielleicht geht hier ja doch was. Ich weiß ja mittlerweile, dass die Entwickler einen stellaren Sockenschuss haben. Also ich glaube da eigentlich nicht mehr an Zufälle. Es tut mir leid. Ich muss hier rumprobieren. Wenn wir springen könnten, aber ich glaube dafür gab es keinen Knopf. Wir schauen gerade schnell mal nach. Bearbeiten so. Ducken, Screenshot. Nee, das hilft uns alles nicht weiter. Ja, soll ich es mal mit ducken probieren? Ja, keine Ahnung. Äh, was zum Fick. Jetzt fühle ich mich wie der Angry Video Game Nerd bei dem Turtles Spiel. Man kann einfach über die Lücke laufen. Und bin ich gerade wirklich durchs Fenster gehübt? At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. What? He then praised the game for its insightful and witty commentary. W-w-was? 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 W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Hirnschmelzen. Ja. Nein, 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 nein. Das ist Lacheulen. Lass mich gehen, mein Kopf platzt. Hör auf, es reicht. Na, da sagst du mal was. Dann werde ich zuhören und zu Ihrer Entscheidung geben, ob wir hier zurückkommen, mit dem Spiel weitergehen, oder nur in diesem Spot für immer und immer. Cheers! Kann ich nicht noch... Ich kann es nicht noch mal anklicken. Es passiert nichts mehr. Wir sind gefangen im Arsch der Zeit. Hallo? Erzählertyp? Noch jemand da? Ja, erwarten die Entwickler jetzt von mir, dass ich das Spiel wieder neu starte? Oder passiert vielleicht noch was, wenn ich einfach nur lang genug hier stehen bleibe? Gibt es vielleicht eine unsichtbare Leiter? Nein, die gibt es nicht. Okay. Okay, liebe Leute, dann werde ich also jetzt mal das Spiel neu starten und dann nochmal hier rauskommen. Mal gucken, was bei der anderen Option passiert. Auch wenn mein Gehirn sich schon in halb wabbelige Gelatine verwandelt hat. Das heißt, falls das überhaupt möglich ist, hier nochmal hinzukommen, vielleicht gibt es ja gar keine andere Option. Oder die Entwickler haben einen Riegel vorgeschoben. Das werden wir gleich sehen. Hallo, wunderschönes, altbekanntes Büro. Äh... Das Büro ist schon wieder anders! Ah! Ich drehe durch! Ich drehe durch mit der Scheiße hier! Was zur Hölle? All of his Co-Workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the Meeting Room. Perhaps he had simply Mr. Memo missed. Du auch nicht? Du auch nicht? Ähm... Stanley ging um, zu bemerken, zu bemerken, zu bemerken, zu bemerken, aber es macht keine einzigen Unterschiede. Und es hat die Geschichte in irgendeinem Weise überwürdig gemacht. Nachguckt, nach dem Achievement, ne? Und sich dann keinen Meter mehr dran erinnert. Ne, also hier passiert wirklich gar nichts mehr. Wahrscheinlich müssen wir wirklich auf die weiße Tafel zulaufen. Aber was bringt es uns? Ja, wir haben ein weiteres Ende, aber wir haben doch gerade eben erst neu angefangen. Und... Ah! Oh, Leute, der Schmerz, der ist nicht nur seelisch. Also dieses Spiel, dieses Spiel, das macht euch echt fertig. Kann ich wenigstens in mein Büro zurück? Nein, natürlich nicht! Warum denn auch? Und hier? Ja, hier geht es natürlich auch nicht weiter. Okay, dann werden wir mal schauen, was die Tafel für Geheimnisse für uns bereithält. Auf zum Atem! Konsole Bark? Ich will die Konsole öffnen und das eingeben, aber ich darf nicht. Also das nächste Mal, wenn ich an die Konsole komme, einfach mal Bark eingeben. Und nun? Ja, und das ist das Ende. Es passiert wirklich nichts weiter. Kein dummer Spruch oder so? Ich kann auch nicht die Tafel verwenden. Also, echt jetzt? Das war's? Also wirklich so ganz mit einer Kirsche oben drauf? Okay. Ja dann, aber ich kann's mir eigentlich nicht vorstellen, dass jetzt schon zu Ende ist, ohne ein richtig tolles Schlusswort oder sowas. Der Erzähler, der hat doch immer noch was zu sagen. Aber ich kann hier nichts machen und der Ansager sagt aber auch nichts mehr. Der ist ja sonst nie zu verlegen, einen Kommentar zu bringen. Der fällt uns doch auch sonst immer so gern ins Wort, dieses Mikrofon-Rampenseuchen. Aber jetzt sagt er gar nichts mehr. Okay, Leute. Tja, ich würd sagen, wir haben schon wieder ein neues Ende. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als neu zu starten. Weiter im Text. Ja, that's the shit I'm talking about. Das ist wieder unser gutes altes Büro. Ich bin jetzt einfach mal unkreativ und mach wirklich alles, was der Ansager sagt. Mal schauen, wo uns das hinbringt. Hm, war's eine von diesen Türen für das Achievement? Ich weiß es nicht. Ach, das ist so scheiße. Hä? Hä? Ja! Es klappt bei anderen Spielen. Ja, du hast ja recht. Ja, also das ist eindeutig die Achievement-Tür, die ich gesucht hab. Ähm, es soll ja auch ein Achievement dafür geben, dass wir das Spiel einen ganzen Dienstag lang durchlaufen lässt. Und dass man es fünf Jahre nicht gespielt hat. Also ernsthaft. Ja. Naja, machen wir hier mal weiter. Na los, geh auf. Ich weiß, 20 Klicks. Alter, aber nur für dich, nur weil du's bist. Also, jetzt hat klar 50 Klicks. Wieso nicht? Wir haben ja Zeit. Lalalala und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und weiter geht das. Hä? Ich will dieses Achievement etwas haben. Es muss ein wahrer Reward für einen valianten Effort sein. Ich will ein paar Husten sehen, Stanley. Ich will ein Verständnis sehen, eine Willenheit, um all den Weg zu gehen, egal was der Kost. Aber sicher! Warum gehst du 20 Klicks in die Tür Nummer 417? Wat? Tür Nummer 417, 20 mal anklicken? Also jetzt ne Ante? What? Und wenn ich die hier jetzt trotzdem 50 mal anklicke, krieg ich dann doch das Achievement? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Denn ich hab auch grad mal sogar keine Ahnung, wo Tür 417 ist. Also wenn ich da ne falsche Abzweigung nehm, dann war's das vielleicht schon. Wer weiß. Ne, also hier bleib ich jetzt ganz eisern dran. Ich klicke 50 mal drauf und zähle natürlich nicht mit, was sehr schlau ist. Fällt mir gerade auf. Ich klicke links, ich klicke rechts, ich klinge mit der Hand und mit dem Gesäß, das reimt sich. Komm ich nicht rein, nehm ich das linke Bein und schieb es liebevoll durch das Schlüsselloch hinein. Doch die Tür, sie geht nicht auf. Klicke ich auch 50 mal drauf, das ist beschissen für mich. Das ist fast so ein beschissener Name wie Linsengericht. Schlagt's mal nach, den Ort Linsengericht gibt's wirklich. Ich bin halt so ein Achievement Hunter, jetzt hör ich hier nicht auf, ne? Aber ach Gott, da müsste ich das Spiel ja wirklich mal den ganzen Dienstag laufen lassen. Also, ja klar, ich hab einen zweiten und einen dritten PC, aber dann einfach montags abends anmachen und dann Dienstag laufen lassen, Mittwoch morgens vielleicht mal wieder ausschalten. Ach Gott, das sind total die First World Problems hier, die Achievements zu dem Spiel. Ich glaube, wenn man das dann doch tatsächlich macht, dann darf man danach wirklich ernsthaft an seiner geistigen Gesundheit zweifeln. Bald müssten wir 50 haben. Aber nur um sicher zu gehen, bleib ich noch ein bisschen vor der Tür stehen und drücke darauf, es ist ja gar nicht langweilig und einseitig. Das macht supermassig Spaß, ich fühle mich total involviert, das wolltest du doch, Herr Ansager. Du Mikrofonschänder, du Verrückte. Und wie schendet man eigentlich ein Mikrofon? Das hat doch so viele kleine Poren. Hallos, komm schon, gib mir das Achievement. Nein, ich glaube fast wirklich, ich muss jetzt zur Tür 417. Nur, wo ist die? Ich hab keine Ahnung. Müsste ja eigentlich durchnummeriert sein hier, aber... 430, 429... Da ist 427, okay, das macht jetzt nicht unbedingt logischen Sinne. Ich springe nicht zum Fenster raus, hier kann ich einen Input machen. Nee, ich kann nur den Bildschirm ausschalten. Na, herrlich. Okay, wo ist Tür 417? Dann gehen wir mal auf die Jagd. Hier haben wir 424 und so weiter, ne? 420, mein Lieblingszimmer, absolut. 457... 456, da macht's jetzt irgendwie mal Sinn. 425, 426... Nein, da will ich nicht hin. Äh, aber vielleicht muss ich durch so eine Tür... Ah, da! Okay, dann machen wir hier weiter mit unserem schändlichen Treiben. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. Okay, also diesmal Tür 437. Ich erinnere mich, die haben ja vorhin gesehen, also müsste irgendwo im Hauptbüro sein. Also irgendwo ganz am Anfang. Also der jagt uns jetzt von Tür zu Tür, nur wegen diesem beschissenen Achievement. Ach, und wo ist sie denn jetzt? Die war doch hier irgendwo, oder? Bin ich blöd. Ach, da ist sie ja. 437. Rede mit uns. Excellent. I think we're getting somewhere. Now door 415. Let's give it 10 clicks or so. Nun Nummer 415. Wo is'n die jetzt? Man, jetzt renn ich hier Türen hinterher. Ich glaub's ja nicht. Ah! Also geniales Spiel, würde es wieder kaufen. 5 out of 5, pretty good. 100%. So, hier ist 417, dann müsste jetzt 416 kommen. Und 415 müsste doch dann... Ah, ja, 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 ja. Los, Stanley, verrichte deine schmutzigen Taten. Now back to door number 437. Okay, Tür Nummer 437. Wir kommen und wir kommen so hart, dass dir das Schloss gesprengt wird. Und die Bildschirme haben doch bestimmt auch was zu bedeuten. So, da ist sie. Und los. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine. Wat? Zu Befehl, Kopiermaschine, du bist dran. Alright, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Verstanden! Wieder zurück zu 417. Wird sofort erledigt, großer Boss. Okay, was passiert jetzt? Okay, now go climb on employee 419's desk. 419, 419, wo ist denn der? Ach, hier. Ja. Hooray! We did it! Yes, this is great. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. Alright, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. 416, die muss doch dann hier wieder in der Kehre drin sein. Hier kann ich auch was? Hm. Okay. Irgendwas hat's mit den Bildschirmen noch auf sich. So, 416. Los geht's! Stanley! We've almost got it! Now the copy machine, do that one again! Yes! Do the copy machine, you motherfucker! Irgendwie kommt es mir so vor, als ob wir den Erzähler gerade virtuell masturbieren. Aber, na, keine Ahnung. Finish it off, Stanley! Yeah! Five clicks on door 430! 430, ich komme! Fünfmal hintereinander! Ja! Yes! We did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Hey, hey. Just think, only a few minutes ago you believed an achievement was worth five little clicks. Really now? What were you thinking? Aber wir haben das Achievement gekriegt. Jetzt bin ich glücklich. Da spring ich doch gleich nochmal aus dem Fenster, weil ich so rolle, motherfucker. Ich packe es nur gerade mal wieder nicht mehr auf den Stuhl. So, auf dem Schreibtisch bin ich und dann ging's rüber mit Ducken, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl. Und jetzt nur noch einen Schritt. Ende der Welt, ich komme! Ende der Welt, hier bin ich! Ja, können wir machen. Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Aber sowas von hab ich die Schnauze voll. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Like, right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on, where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Oh, ich iss doch nen Bierfass an die Birne gedonnert. Ja, Moment, wie alt ist denn der Stanley überhaupt? Also hier nochmal ein fettes Dankeschön an LP Double Time. Vielen Dank. Es hat mich unglaublich bereichert, dieses Spiel. Oh. Ach, echt? Oh. Yes. Oh, no. You too will become quite unbearable. And here comes another song. But I want to be bearable in the Stanley Parable. Oh, yeah. My life in splinters. Because of that I jumped from the bridge. In einen See aus Vanille Pudding. Oh, so samtig weich. Da ist ein großes Rennen im Altenstift. Oma holt schon den großen Löffel. Denn sie isst ihn gleich. Meine Schüssel Pudding. Oh, sie ist so leer. Denn hat Oma erstmal alles im Griffel. Ja, das ist die Tragödie. Dann gibt sie's nie wieder her. Ihr Oma hat alles im Griffel. Und sie gibt's nie wieder her. Dann die dritte Strophe. Ich habe keinen Text. Alles, was ich habe, ist ein Notepad-Eintrag. Und der ist nicht sehr gut geschrieben. Der hat mich entsetzt. Ein Reh hatte Probleme mit der Verdauung. Oh, das Scheißen tat ihm weh. Das lag vielleicht an dem gefressenen Mörtel. Und an dem radioaktiven Klee. Oh, weh. Es war wohl der radioaktive Klee. Klee-klee-klee-klee-klee-klee-klee-klee-klee-klee. Der erste Mal war ein Mann namens Stanley, der die Leute so genannt haben. Aber die Wahrheit muss gesagt werden, er war nicht sehr jung und war ziemlich besonders gängig. Danke, Kaneruni! Danke nochmal! Er hat sie als eine Art Glutton gemacht. Er hat sie all den Tag gemacht, in eine sinnvolle Weise. Der Kopf hat lange zu funktionieren. Deshalb ist er in dieser Parable, und hat eine ziemlich schreckliche Existenz. Und wenn du nicht stark bist, und du spielst, du auch werden ziemlich unbearbar. Oh! Oh! Unbearable! Oh! Oh! Unbearable! Yet unbearable Parable! That's the story of my Stanley! that jumped through a window, once and for all. And then he landed on his face, in a pile of dog shit and its praise. He has sprinkles all on his clothes. Und die nimmt keine Wäscherei mehr an. Ja, Stanley war ein armer Mann. Oh, Stanley! Du bist ein armer, armer Mann! Kannst nur das tun, was der Ansage sagt, außer du machst es nicht. Das wär fies! Oh, Stanley! Von einem Desaster ins nächste! Du liebst das Gitarrenspiel, hast auch nur noch zwei Fenster, durch die dein Blick ins Büro in Ehre fiel. Nichts zu sehen gibt es dort, außer vielleicht die Kaffeetassen und die Kopiermaschine mit dem geilen, feuchten Papierzufluchtsschacht. Ja, der geile Papierzufluchtsschacht. Oh nein! Bitte 25 Cent einwerfen. Okay, ich glaube, das war's jetzt. Ja doch, aber ich würde es jetzt saugruselig finden, wenn jetzt hier zum Beispiel Alma auftauchen würde. So vier, ne? Boah! Also so'n kleiner Gag, das wär auch noch ne Möglichkeit gewesen, aber dann hätt's vielleicht Copyright-Ärger gekriegt. Tja, wir werden wohl das Spiel neu starten müssen, das kennen wir. Aber hier geht's erst beim nächsten Mal weiter, wo der Osslpie noch viel, viel mehr nach betonen muss. Das macht tollen Spaß. Also danke fürs Reinschauen, Leute. Macht's gut, bis bald.